Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie. Schön, dass ihr mich weiter begleitet bei meinem Streifzug durch das Periodensystem der Elemente. Zweite Hauptgruppe, Erdalkalimetalle. Wir befinden uns bereits im achten Teil. Es geht um die Verwendung der Metalle selber und einiger wichtiger ihrer Verbindungen. Beginnen wir gleich mit dem ersten Teil, Beryllium. Das Beryllium wird in Legierungen, in der Weltraumtechnik, in der Kosmonautik verwendet. Beryllium-Oxyd ist feuerfest und wird in besonderen Spezialverrichtungen, wo hohe Temperaturen erreicht werden, verbaut. Magnesium wird in der Metallherstellung als Reduktionsmittel verwendet. Es reagiert mit dem Sauerstoff und Metalle werden frei. Ein zweites Anwendungsgebiet ist die Option. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020